Geil. So Leute, herzlich willkommen zu Lies of P. Ey, ihr wisst gar nicht, wie doll ich mich auf dieses Spiel gefreut habe. Ich habe das beim ersten Mal gesehen. Das war bestimmt so vor zwei Jahren, wenn ich mir jetzt nicht irre. Und seitdem warte ich auf dieses blöde Spiel und jetzt sind wir hier. Geil, oder? Äh, ja, was können wir mit so machen? Können wir schon irgendwas drücken und agieren. Dann muss ich wieder zu dieser Kugel hier, zu dieser Lampe. Untersuchen. Ja, achso. Ich sehe, sie haben Jiminy auch. Aber wir müssen uns zu schreien. Mein Name, Jiminy, bitte beskorte ihn ins Hotel. Okay. Weiter. Äh, Kürzelsusetztaschen gedrückt halten. Achso. Achso, okay. Was ist das? Letztens, ob du kurz aus der Charakter stirbt. Äh, ja, nee. Na gut. Äh, ja, wir gehen einfach weiter. Find something that might help. Oh. Nett. Arm yourself with one of the weapons over there. So. Stärke, Geschicklichkeit, Ausgewogenheit. Das verstehe ich gerade nicht. Bei der Geschicklichkeit habe ich mehr Stärke als beim Stärkepfad? Was? Leute, ich werde den Geschicklichkeitspfad jetzt nehmen. Möchte ich. Oh mein Gott, das Rapier sieht ja mega nice aus. Ich spiele nämlich gerade noch mit ein paar Freunden D&D. Und da spiele ich auch momentan so einen Krieger, der einen Rapier führt. So einfach nur in der einen Hand einen Rapier. Das ist mega geil, weil du da so einen Bonus bekommst auf deiner Angriffe. Hallo. Angriff, normaler Angriff. Hallo. Okay. Nice. Spezialankriff. Für Spörmankriff geschützt halten. Spezialankriff. Zack, zack, zack. Oh, mit Ausweichen. Nice. Man wird hier richtig mit Öl besiedelt. Here is the power to stay in your arm. We've got your hands up to the enemy and power to stay. Vielen Dank. Äh, jo. Oh, weißt du, hast du? Die maximale Anzahl. Verwender eine Putzhalle, um LP wiederherzustellen. Okay, es gibt eine maximale Anzahl an Putzen, die verwendet werden können. Wenn du das Maximum erreicht hast, wird die Zelle entladen. Okay. Blocken. Schlagen. Naja, ich boxe den weg. Oh, oh mein Gott. Boom, Alter. Mit der Faust. Was kannst du eigentlich, hä? Guck dich mal an, du Mistvieh. Au, 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 au. Der macht ja nichts, der macht's nicht. Oh. Dann bist du an die Störung gewöhnt. Zack, zack. Bam. Guck ihn dir an. Drückt halt dich. Bam, bam, bam. Und zack. So nämlich. Hihihihi. Guck mal, wie dreckig ich bin. So muss ein richtiger Mann nach einem Kampf aussehen. Dreckig. Ah. Blocken. Ah, okay. Aha. Aha. Er hat die Schützen ausschalten. Zack, zack, zack. Boom, zack. Woohoo. Was weiß ich? Oh, Mensch, mir ausgewickelt, du Mistvieh. Komm. Alter. Komm, Jan. Scheiße. Oh. Lie or die. Mann. Leute, ich hab's versucht. Mach's nochmal. Parieren. Perfekt. Hab geschafft. Zack, zack. So, schnell, schnell. Durchwaschen. Boom. Kommt du wieder? Zack, zack, zack. Zack, zack. Was du wolltest? Oh. Okay, das war, das parieren war jetzt nicht so gut. Der bleibt ist da liegen. Da hab ich jetzt keinen Bock drauf. So, ich war hier. Ich höre mir jetzt meine Energie zurück. Ich war da. En garde. Du Mistkanone. Zack, zack. Alter. Amen. Das kommt, 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 kommt. Ich hab's geübt, aber das war nicht perfekt. Ach, ich glaub, das war noch nicht die perfekte Parade. Das hatte ich gesehen, oder? Ja. Wer bist du? Wer bist du? Äh. Hallo. Junge. Okay, gut. Ja, irgendwas Großes ist hier. Der erste Boss. Nett. Da freuen wir uns auch drauf. So. Jetzt mal eine richtige Parade hinlegen. Oh. Es war. So, erstmal heilen. Heil dich. A dream of becoming a real girl. Schaut's euch an, Leute. Lassen Sie den Bahnhof und laufen Sie weg. Alles klar, machen wir. Wir müssen den Bahnhof sofort verlassen. Mein gutster Mann, verlassen Sie den Bahnhof. Hier ist es nicht sicher. Verlassen Sie den Bahnhof sofort. Alter. Pariert. Zack. Alter. Alter. Junge. Wir machen hier alles nass. Trübe ist ja gefragment. Aber der sticht nur zu, ne. Kann ich auch irgendwie, ah, kann ich auch irgendwie so, das Ding so schwingen so, das wär geil. Die wahrscheinlich diesen, die sich wahrscheinlich diesen ausgeglichenen Modus nehmen müssen, ja. Egal. Ah ja. Mach mal auf. Oh yeah. Ah, abgezogen. Und wir sind wieder, wir sind wieder, wir sind wieder. Ach, hier sind wir. Sehr gut. Ah, Fabelkünste. Benutze Klingen. Fabelkunst. Waffen haben unterschiedliche Klingen und Griffe, die jeweils ihre eigene Fabelkunst haben. Fabelkünste verbrauchen Farbeslots. Und verschiedene Fabelkünste verwendet in eine unterschiedliche Anzahl von Slots. Kunst. Cool. Warte. Kunst. Kunst. Wohoho. Oh. Da ist ein großer. Nee. Ah, der erinnert mich, der erinnert mich an diese hässlichen. Oh nein, er hat mich gesehen. Der erinnert mich an diese fetten Dinger von Bloodborne. Wie mit diesen. Oh. Oh. Mist. Ah, haha. Ich muss mal, ich muss mal kurz was nehmen. Stopp. Halte ein, mein Freund. Halte ein. Was? Für Sturmangriff halten. Okay. Sturmangriff, Mann. Was soll denn der Scheiß? Okay. Tönlicher Angriff. Ja. Bam, Mann. Oh. 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 Schlüssel zu meinem Haupteingang. Jawoll. Eilen. Ich hab nichts mehr. Den hat's zerrissen. Hm. Uh. Na, den geht's aber nicht gut. Uh. Uh, uh. Was ist denn hier passiert? Uh. Hm. Kinder schaut weg. Das ist nicht gut. So, wir haben einen Schlüssel erhalten. Ich hab zwar keine Ahnung, wo wir jetzt hin müssen. Ist euch mal auch gefallen, dass ich wieder sauer bin? Er hat sich einfach gereinigt. Krasse Mechanik. Ach ja. Hier geht's raus. Raus. Alle machen raus aus dem Bahnhof. Oh. Ich hab ihn verlassen. Wunderbar. Ah. Ah, hier. Ist ja auch die Frage, wo ist meine lange Nase? Weil... Pinocchio hat eine lange Nase. Weil wir spielen ja eigentlich Pinocchio. Na, was ist das hier? Ah. Ein Bonfire. Ein Bonfire. Stufenaufstieg. Können wir mal eine Beschreibung sehen? Also, Vitalität ist ja klar. Maximale Ladung. Entschlossenheit. Technik. Gibt's hier irgendwo? Warum habe ich so viel Stärke, obwohl mir das nichts bringt? Das verstehe ich nicht. Legion. Ahnung. Was soll das denn sein? Ist das mal eine Rüstung oder was? Hä? Ach so. Waffe. Hier sieht man die Waffe. Die ist mit... Ach so. Stärke hat gar nichts mit der Angriff zu tun, sondern... Ne, warte. Entschlossenheit hat was mit der Angriffskraft zu tun. Und Technik. Ach ja. Okay, verstehe. Ja, da würde ich mal ein bisschen in Vitalität reinpumpen. Machen wir mal eins da, eins da. Ja, und eins in Technik. Ja! Gut. Ich bin dann überlegen, doch diesen ausgeglichenen Modus zu nehmen. Weil ich keine Ahnung habe. Weil ich möchte eine Waffe haben, die so ein bisschen noch so sticht und schwingt. Aber die macht ja nur eine Stichattacke. Oh, Hunde. Kann ich eigentlich schleichen? Ach bitte. Ich hasse Hunde. Ich hasse Hunde. Mann! Ah! Verschwindet! Uh! Uh! Ah! Ich hänge! Ich hänge! Ich hänge! Ich hänge! Was soll das? Was soll das? Was zum Teufel ist denn das? Ach nee, ich hänge hier! Ich hänge hier! Ich hänge hier! Ah! Ah! Auszeit! Auszeit! Stopp! Warum springt denn dieses Mistvieh? Ey! Warum verfolgt der mich? Ah! Ich bin gleich tot. Oh mein Gott! Oh! 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 Oh mein Gott! Hua! Ja, wischst du ja? Eigentlich kann ich mich gleich wieder hin stellen! Also dann wie spawnen doch alle wieder. Oh Mensch! Aufgeladen! Das war ja eklig! so ganz schnell oh Junge warum ist das die schwere Attacke schneller oh ne jetzt kommen sie alle Achtung sehr gut oh mein Gott okay zack 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 da kommt der nächste zack 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 was ist denn das was ist das ich kann doch ah ja okay verstehe aber ich verstehe gar nicht ne muss ich das im perfekten Moment machen das Gefühl dass ich ein bisschen Blas bin in der Kamera ist ja auch egal ich weiß gar nicht was dieses Katalysatoren bringen ja ja Mist ich hab's mal auf was macht jetzt hier nein oh Gott mach nein oh Gott jetzt jetzt wird aber jetzt wird ganz kritisch kritisch verschwinde du Mistbutler oh ho ho um um ja und um nehmen oh ho 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 durchgebohrt jetzt kann ich nicht mehr apparieren der Ausweichschritt hat aber was Katalysatoren krieg ich en masse welgezahnrad bringt mir das was nur zur Ablenkung jetzt mal gucken da ne der schläft Ich glaube, das bringt mir dann nichts. Doch, 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 doch. Der Klopfer ist was, der Klopfer ist was, der Klopfer ist was. Langsam. Hallo. Jetzt. So nämlich. Sackgasse. Ach hier, Shortcut. Aber da sind wir noch nicht, oder? Äh. Rennen, 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 rennen. Ach so. Ja, okay. Okay, man muss wirklich langsam sein. Ich sehe, der kommt dann. Nee. Und da oben. Wow. Dieses Schwein versteckt sich. Denkste. Du kannst gar nichts. Oh. Ähm. Hallo? Ist hier jemand? Nein. Hätte man ja denken können, weil der hat so dagegen geklopft. Oh mein Gott. Oh. Ey. Ich habe angeklüssen. Schaut nur. Werbung. Ja. Das haben wir auch schon im Bahnhof gesehen. Okay. Hallo. Ah. Oh. Oh. Ja. Da war ein großer Hammer. Einige Feinde werden rot und setzen einen starken Angriff an, der Wutangriff genannt wird. Du kannst Wutangriffe nicht ausweichen oder dich durch Blocken vor ihnen schützen. Aber ein perfekter Block kann sie kontern. Ah ja. Hallo. Ich lasse es mal lieber. Oh. Warum hast du mich nicht getroffen? Keine Ausdauer. Aua. Aua. Warte. Was war es jetzt? Nee. Angriff. Angriff. Ah ja. Boom. Ohohoho. Jo. Jo. Was war das denn? Erstmal ein Sitz. Boom. Irgendwas hat das für ein Angriff. Der hat ihn einfach voll verrissen. Guck mal hier. Der hier. Was auch jetzt. Ja. Oh. Oh. Oh mein Gott. Ja miet. Oh. Hallo. Ey. 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 So nicht. Der hat keinen Kopf. Das heißt, er kann es auch nicht sehen. Ich habe geblockt, Mann. Ich will mal was testen. Ach du Scheiße. Ich bin gleich tot. Ringt. Hä? Das ist doch eine Parade, oder nicht? Was sollen das bringen? Ist das nervig. Ach komm, renn durch. Komm. Ich habe ihn doch von hinten getroffen. Ja, wollte ich auch sagen. Oh, ist das nice. Ich habe schon wieder erschrocken. Oh mein Gott. Ist das eklig. Oh nein, ist eine Falle. Nein, doch nicht. Gut. Guck mal den da. Oh. Roter Angriff. Oh. Aua. 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 Warte jetzt hier. Zack, zack, zack. Aus dem Gleichgewicht gebracht. Und rein in den Wand. Zack. Oh Junge. Da ist es. Da ist es. So. Okay. Oh Junge. Ich hasse sie alle. Oh. Oh. Oh, es macht Spaß. Leute, ich sage es. Es macht so Bock. Mann. Ja, komm. Komm, komm. Priss Arm. Oh ne. Er ist ausgemischt. Der ist besser als ich. Ihr kennt mich gar nichts. Er misst mich. Hier liegt ne Item. Nein. Hier. Liegt ne Item. Äh. Ja, also. Ich finde schon mal geil, dass man so viele Möglichkeiten hat, lang zu gehen. Das macht. Die Welt. Wie. Also das ist. Das lässt die Welt bei ne. Äh. Verschlungene Open World Welt erscheinen, ne? Das mag ich. Das habe ich auch schon bei Bloodborne geliebt. Dass du überall die Möglichkeit hast, da hin zu gehen. Hier hin zu gehen. Oh. Ja. Da ist das Item, was wir vorhin gesehen haben. Oh. Das finde ich so nice. Können wir das hier öffnen? Nö. So ein Shortcut wäre ja mal nicht schlecht. Hier. Perfekte Parade. Wir müssen es nochmal ausprobieren. Ich weiß, Leute. Ich werde schon wieder sterben. Aber. Komm schon. Oh. Repost, Alter. Meine Fresse. Da kann ich nicht vorbei. Nö. Ich bin mal gespannt, was hier für eine Geschichte, so für eine, ja, was wir uns hier so erwartet. An Story. Aufmachen. Ja, geil. Shortcut. Oh, yeah. Eine powerful Parade-Puppet blockt die Entrance. Und das ist der einzige Weg in. Na dann. Also, bitte. Be careful. Da ist sie, die mächtige Puppe. Oh. Oh, eine Übungspuppe, ja. Ey. Bam. Was machst du? Hallo. Hi. Willkommen zu Krodt, Visitor. Ich dachte, es gab keine Stalker, die für die Puppeten zu kämpfen. Du hast es nicht gehört? Figuren. Die ganze Organisation zerfällt. Alles, was noch ist, sind Wannabäuser und Amateur, die denken, dass sie auf ihrer eigenen kämpfen können. Ja, hast du denn was? Du könntest ein bisschen Hilfe benutzen. Hier ist ein Festival-Gift für dich. Jetzt, geh. Kaufen. Was haben wir denn so schönes? Oh, was ist das? Das Ding habe ich ja. Ach, das ist das große Teil. Das hat nur Heap? Ich weiß nicht. Ich meine, man kann es ja mal ausprobieren, wie es sich macht. Was ist das? Erfüllt vorübergehend Waffen mit Elektrizität. Oh. Ja, ein spezielles Schleifmittel, das durch das Mischen von Elektroblitz-Vetalpulver hergestellt wird. Aber ist das dann... Verbraucht sich das? Ach ja, es verbraucht sich. Ich kann drei kaufen. Neh mal drei mit, ne? Das macht nur Heapschaden. Ich würde es aber mal zum Testen auch kaufen. Oh ja, hier ist ja ein Dings. Vollkommen übersehen. Schleif. Erstmal gucken. Ich möchte meine Waffe mal ändern. Ich kann noch eine Zweitwaffe wählen, ja? Mega geil. Kann ich die Waffe jetzt auch wechseln, ist die Frage. Waffe wechseln. Ach ja, gut. Und die macht so Schwungattacken. Dreh. Okay. Ja, nicht schlecht, nicht schlecht. Ja, das finde ich jetzt gerade nicht so, muss ich ehrlich sagen. Dann finde ich den schon geiler. Oh, dann würde ich sagen, erste Folge ändert hier. In der nächsten Folge geht es weiter. Bis dann. Auf Wiederhören. Wow.